So, Kinder, Sonntag ist es soweit. Europawahlen. Und Europawahlen sind keine Misswahlen, wo irgendwelche unechten Püppis über den Laufsteg hoppeln, mit aufgespritzten Hupen, und man sich am Ende denkt, komm, scheiß drauf, wer gewinnt, die sind eh alle zusammen so schlau wie ein Meter weit weg. Eben nicht. Europawahlen sind deutlich wichtiger, da geht es nämlich um Zukunft und Klima und Zusammenhalt und den ganzen anderen Bums. Und wenn du dir gerade die verrückten Alm-Ös von der FPÖ anguckst, dann brauchst du dir nie wundern, wenn die in Brüssel ab sofort nur noch Bunga-Bunga-Partys feiern. Von daher ist es nicht, die jetzt rausgehen und wählen gehen, und zwar das Richtige, damit unser verkommener Planet hier noch halbwegs zu retten ist. Also, Kinder, der Papa zählt auf euch, jetzt wischt ihr euch nochmal schön durch den Schritt, geht raus ins Wahllokal und macht mich stolz, indem man das Richtige wählt. Also, für Papa und Europapai.